Hey Leute, wie ihr oberlinks seht, wo meine Maus ist, die ist heute die sogenannte 1.9 rausgekommen. Hier gehen ab jetzt Microfrieren. Pst, hallo, äh, könnten Sie bitte noch laden? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit für Sie. Na gut, oder so. Ja, das lassen wir mal. Wir spielen jetzt 1.9er, glaube ich, so genannt. Auf der war ich gerade online, wollte die Aufnahme starten, aber nee, ich habe ja so was Leichtes vorbereitet. Hat Barbara was vergessen, wie ich gesehen habe. Also, erstens mal ein Schild. Dann zweitens gibt es diese neuen Endblöcke. Diese Korusblüte kann man nirgendwo platzieren, aber man kann den Endstein nehmen, den da nehmen, dann hier eine Korusblüte drauf platzieren. Wir können auch hier mal ein Korusblüte platzieren und schauen dann, ob was passiert. Dann gibt es diesen neuen Korusblüte drauf platzieren. Dann gibt es diesen neuen Purpur-Block, diese Purpur-Säule, Purpur-Treppe, Purpur-Stufe. Dann gibt es den Endstab. Der macht auch so leicht Licht. Und hier 7 Angriffsschaden und 7 Angriffsschaden. Aber hier 1,6 Angriffsgeschwindigkeit und 0,8. Das braucht länger und das braucht kürzer, weil wenn ich jetzt so spam, na gut, wenn ich bei einem Spieler so spammen würde, dann würde es dem nichts ausmachen. Ich müsste immer so warten, damit es dem was ausmachen kann, weil wie ihr seht, kann man in der 1,9 schneller klicken. Dann, warum passiert jetzt hier nichts? Ich glaube, das funktioniert nämlich nicht. Man kann nichts so machen, so machen, so machen. Und das Coole ist, wie ihr seht, haben hier die zweite Hand. Man könnte jetzt, äh, nehmen wir einfach mal, man könnte ganz viele OP-Gold-Äpfel haben, die hier rein tun. Dann, ähm, Slash-Game-Mode 0. Dann könnte man so kämpfen und während dem Kampf so essen. Ich muss einfach nur Rechtsklick drücken, damit man mit dem Schwert nicht blocken könnte. In der 1,9. Und wie ihr seht, hat der 1,9 OP-Apfel mehr Herzen als der normal. Und es hat sich endlich mal was bewegt. Ja, dann gibt's noch diese End-Crystals, mit denen man irgendwie, ich hab aber keine Ahnung wie, ähm, auf End-Stein platzieren könnte. Und, ne, hä? Irgendwas war's, worauf man's dann platzieren muss. Oh, ich glaub kaum, dass es Obsidian war, aber... Auf irgendeinem... Doch, das war Obsidian. Dann konnte man's irgendwie anordnen. Und dann hatte man einen Ender-Drachen. Und wie ihr seht, haben die den gleichen Effekt wie normale. Und dann, ach so, es gibt bei, wie war das dort? Ja, Reparatur, das ist ein Mending. Die meisten wissen wahrscheinlich alle schon 1,9 Items. Aber, sag mal, ihr habt jetzt nur eine Holzspitzhacke. Ähm, Boss. Tic-Tic-Tic-Tic-Tic Ähm... Tic-Tic-Tic Tic-Tic-Tic Vielleicht ist manche sicher schon, was ich gerade vorhabe. Manche vielleicht nicht. Zombie. Ah, jetzt ist das so... Also man kann auch Flächenschaden verteilen. Äh, ich ruhe jetzt meine Worte hin. Ich weiß, dort können die jederzeit der Baby zum Jahr auskommen. Äh. Die verliert ja jetzt an Haltbarkeit. Und... Ah, praktisch, ich hab... Also, das hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich wollte. Und bei mir 1.9 kriegt man erstmal keinen Schaden, da ich Feuerschutz drauf hab. Ähm... Ach. Gigi auf jeden Fall. Und sag mal mal, ich hätte jetzt den. Tada. Oder den. Und äh, warum ist das jetzt kaputt? Äh, warum ist das K vimos? Schaden Sie spät Recenter. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Dann... 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 Ich glaube, dort gibt es nicht weiter viel zu viel... Ich sollte Deutsch hören. Ich glaube, dort gibt es nicht viel mehr zu sagen. Falls ihr noch was habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare unten rein. Und dann bis zum nächsten Mal und ciao!